Moin Leute! NVIDIA hat mir eine richtig geile Grafikkarte zugeschickt. Und zwar, ich hab's noch nicht ausgepackt. Tada! Oh, let's go. Da ist sie drin! Die GeForce RTX 4090. Das Ding ist eine absolute Maschine. Bei der 4090 natürlich am Start, Raytracing, das brandneue DLS3. Die 4090 werde ich gleich bei mir im Computer einbauen und dann werden wir sie zusammen testen. Und zwar zusammen mit Portal. Das ist so ein dicker Oschi. Ich verschwinde jetzt kurz unter den Schreibtisch und ihr könnt auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung gucken, wenn ihr nämlich jetzt Bock habt auf eine von den NVIDIA Grafikkarten. Denn es gibt nicht nur die RTX 4090, sondern auch die 4080, die auch übertrieben viel Power hat. Wer auf Features wie DLSS3 und AV1 Encoding verzichten kann, nicht in 4K spielt und etwas Geld sparen möchte, kann auch auf die GeForce RTX 30er Reihe zurückgreifen. Die habe ich bei mir aktuell auch noch im PC. Sind auch geil und bieten tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. So, ich gehe jetzt runter. Das ist meine aktuelle Grafikkarte und zwar die GeForce RTX 3090. Die kommt jetzt aber wie gesagt gleich raus. Und die 4090 rein. Wünscht mir Glück. Da ist es. Und da sind wir auch schon im Spiel. Portal. With RTX. Ist da ein Portal? Oh. Hi. Ja, guten Tag. Ich bin Paluden. Hallo. Oh. Woops. Please place the weighted storage cube on the 1500 Megawatt Aperture Science Heavy Duty Super Colliding Super Button. Ah, ja. Vielen Dank. Den hätte ich, den würde ich gerne einmal mitnehmen. Au. Ah, ja. Vielen Dank. Sehr nett. Ähm, ja. Jetzt einmal bitte kurz. Ja, warte. Nee. Ja, hier ist richtig. Einmal schnell und raus. Perfekt. Please move quickly to the chamber lock. Ja, ich mach. Ich mach. Ja, vielen Dank. Wann ist Portal damals rausgekommen? Ich weiß es gar nicht. Aber es sieht mit Raytracing einfach so geil aus. Da unten ist die, ist die Portal Gun. Gib sie mir. Ja, ja. Oh. Ich geh kurz zur Seite. Danke. Hallo. Jetzt schnapp ich mir das Ding. Let's go. Jetzt komm mal her hier. Mind the gap. Ja, überhaupt kein Problem für mich. Zack. Hallo. Ich, ich mein, ich bin Portal Profi. So. Guck. Und jetzt. Wupp. Whee. Oh, ich hab nicht mal Schaden bekommen. Welcome to test chamber four. You're doing quite well. Ah, ja. Ah, da ist der Würfel. Ach so. Ja, kein Problem. Ja, warte. Ich schieß den Würfel. So, einmal Würfel. Rein. Ich komm mit. Huh. Oh. Nein. Warte. Lass mich, lass mich wieder. Hilfe. Ja. Easy. Zack. Once again. Excellent work. Danke. Danke. We will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. ja danke ich weiß ich kann kein glück so hallo naja okay ich erst mal hier dann bin ich hier am start so sehr gut dann guck mal was ist denn hier unten weil ich den erst mal genau du musst hier einmal rein genau einmal bitte ja da hast du ja da passt du doch durch ja sehr gut ich komme mit dann packen mit dich erst mal hier rein so einer von zwei dann nehmen wir das so eine warte 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 ich habe war ein bisschen dumm ich muss ja erst mal hier oben hin so und jetzt schieße ich den dahin weil da kann ich hier rum den benutzen das ding muss wahrscheinlich hier rein wie komme ich denn daran ich kann ja nirgends portale hinschießen aus auf dem boden ich trottel da oben weil jetzt geht es da und treffer ja ich bin nicht ganz so doof manchmal hallo das kommt ja fertig hä ne der schießt ihn jetzt dann geht er durch dann kommt da raus und da rein sehr gut ah ja ja ah mist das geht nicht ich muss das ich muss das hier da muss eigentlich hin ja und dann jetzt kann ich hallo und hopp ich bin bereit für die nächste aufgabe hallo da bin ich wieder ja da möchte ich also da möchte ich nicht so reinfallen so ich geh jetzt erst mal hier rein drucken warum soll ich mich drucken ja warte mal ich schieße erst da ohne dann trifft er mich ja der kommt doch jetzt hier gleich raus ich bin ja da warte mal warte mal warte mal wenn er jetzt gleich hier wieder ne wo fliegst du okay genau da und dann kommt er hier raus da und jetzt da jetzt kommt er zurück geht da und jetzt ist ein treffer jawohl schon durchgucken ja und drüber so was habt ihr jetzt den brauche ich wahrscheinlich irgendwie da oben oder was ich mache das schon ich schieße hier das ding hin das ding von aber warte 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 moin ah mist da ach so da oben kann ich durchschießen zack hallo hab's geschafft mit einstein diese komische kai die macht mir ein bisschen angst ich ach so ach so ja warte danke da oben ja gut das bringt mir wie komme ich jetzt nach da oben aber ich lasse mich mit ganz viel schwung da raus schießen jetzt ja warte mal aber ja warte mal aber ich schieße ne warte mach doch hä ja da oben nochmal und deswegen wuhu zack au hab ich bisschen von bisschen weiter hoch ja ich mache das jetzt von hier ja an fast aber hab ich es geschafft ne ja 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 jawoll bin drin gib mir neue aufgaben ne ich mach ich genau ja warte ich komme jetzt äh ja das ist aber nicht so ein auch hallo denn ich komme jetzt Verwendung. Hä? Nein! Nee, jetzt ist... Das ist hier jetzt aber blöd. Nee, hier wollte ich nicht hin. Mach das nochmal... Mach nochmal auf den Laden. So. Er ist so, Waffel. Ja, genau. Mach... Schieß nochmal hier hin. Ja. Weil dann bin ich hier. Bin ich hier richtig? Oh Gott. Ja. Dann kommt das hier raus. Oh, nach der... Nee, jetzt... Es war ja... Doch, es ist an. Dann brauche ich jetzt noch... Ja, nicht mich. Ah ja. Hier ist schön. Aber ich muss nochmal woanders hin. Ich bin drauf. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ach, da oben. Ja. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Das ist nicht so gelaufen, wie ich das eigentlich wollte. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier reinspringe. Wupp. Ah, sehr gemütlich. So schön warm hier unten. So Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser kleinen Runde Portal inklusive Raytracing. Guckt auf jeden Fall in die Videobeschreibung, wenn ihr euch für die 40er Reihe interessiert, für die 30er und viel mehr. Deswegen schaut gerne in die Videobeschreibung. Danke an Nvidia für dieses chillige Placement. Und ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.